Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf den Marsch. Wir fahren gerade den Kurs Sender. Speichern. Ne, ja. Löschen, Kurs laden, spannen. Da muss man doch echt mal beigeben und rotieren hier. Warten, warten. Kurs an Zusatzen. Drei. Fahrrad. Einsteigen. Einsteigen. Ich werde noch ein bisschen besser fahren, weil er kann nicht garantiert am Garen rein. Einmal eine Runde. Einmal eine Runde. Und ich werde noch eine Runde. Und ich werde noch eine Runde. Ich will die ersten halben Meter erst fahren, wobei die zwei Kurse sich kreuzen. Ich will schon was. Jetzt klappt es. Gut, dann lassen wir uns noch ein schönes Heu. Dann kommt der Auto mit. Passt. Na ja, kommt alles zu vertreten. Na wie gesagt, der Fendt ist der Kurs mit der Kurs, nicht in der Mitte. Ist das ein Mod? Weil LKWs haben auch das gleiche, dass sie links sind. Die Faktoren mehr in der Mitte. Na ja, da muss man da mal in Zukunft achten. Da muss man es aufgefüllt werden. Ja, da fährt er mit 386. Na ja. C. Gut. Unser Kalker. Unser Freund der Kalker. Da muss ich nicht eingreifen. Na ja. Ich nehme den Armrenkel auf. Der Deckel auf. Der kommt zum Klappen. Dann fährt er mal eine Ehrenrunde. Ja, dass er die Einnahme hat, ist gut. Aber wo wenig. Der muss voll werden. Dann muss ich nicht eingreifen. Ja. Ist eigentlich schlecht, wenn sie hier stehen. Und Platz suchen, wo man lassen kann. So. Da vorne am Koppel ist gut. Voll. Und den greifen wir da rein. Fritz, das wird's auch nicht mit dir. Stich ist sowieso nicht wieder geklappt. Mit ne kleine Haft. Lass nochmal. Lasst euch doch mal. Jägen. Das ist die Klacken der Kalker. Da wird schnell brennlos sein. Das ist die Klacken des Kalkers. Unser Heufruzzi ist da. Lassen wir mal durch. Ein Kuggerät. Ja, mit so hoch. Es ist mit so hoch. Ingo. Das ist wieder eine Fuhre, dann ist es gut, wahrscheinlich mit der Spiegel speichern oder laden, plötzlich klopft es dann, das machen wir heute nicht mehr. Was machen wir mit Hand? Gut, das ist leicht, das ist ein Mann, oder? Gut, das ist leicht, das ist ein Mann, oder? Echt Mausklappen, Kalk kann man sehr gut erkennen oder weise, zum Glück. Die normale Warte war ich. Da war ja fast mit durch. Von vorne liegt noch gar nicht, ne? So, war der Alkog. Können wir nicht aushält. Zwei noch nicht kalten. Auch nehmen wir zurück. Ausklappen brauchen wir nicht. Ich hab hier nicht gedrückt, ich kühlt wahnsinn. Das sind so lange Folgen. War ja keine Absicht. So. Ja, das ist eine richtige Einnahmeernte hier. 48.000, das geht wenigstens. Und einmal fahren wir auch nicht. Seitdem macht es richtig. So. Wartung häusert erstmal da. Da bleibt auch irgendwo ein Platz, eine Halle, wo man alles lassen kann. Mitnutz allermix, ne? Da vorne wäre Platz, wo die Wiese ist. Und da bleibt ja kein Sammlungswagen, haben wir noch nicht rein. Da haben wir noch einen. Und wieder voll. Und weg, ne? Dünn. Dünn. Dünn normaler Traktor. Nehmen wir gleich mal noch am besten Traktor. Den hängen wir ab. Gewicht von ran? Nö. Schlecht. Haben wir noch ein Gewicht-Info? Ja, wahrscheinlich nicht. Ole? Klar, noch nicht. Ich weiß man, erlöse ein Geigen. Ja. Klaas. Ich brauche noch ein Kabel. Das wäre was wir machen. Wobei ich ein Prozent fahren. Wo ihn treiben. Ja. Ja, der Lenker ist auch noch ein Scheiß. Schießt auf das Spiel raus. Lenker. Spannung weg. Ja. 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 Ja, der ist fertig. Aber erst. Ja. 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 Na, nicht das können. Ja. 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 Wir lassen. Gut, wie keiner. Ja, ja. Normalerweise, ehrlich gesagt, ich habe einen anderen Kaltsteuer. Oder musste so leer gemacht werden. Werden wir abmachen. Weil, das kann man es gleich erlauben, um nötig wegzuschmeißen. Na, wo ist er? Alter. Na, da muss man weg. Na, da lege ich nach. Na, da muss man es gleich noch. Na, da muss man es gleich noch. Da muss man es gleich noch, um so ein bisschen wegzuschmeißen. Da muss man es gleich noch. So ist er ja ungünstig mit dem Fendt. Der hat ja einen Kurs in der Kontakte Mitte. So ist er noch ein Malmögen dafür. Ich fühle noch mal an den Öppen hier. Gass geht noch, Gass! Gass, Gass! Vielen Dank. So, haben wir voll zu tun, das ist der Wahnsinn, hier die Zeit verkehrt. So, Hälfte rein, gutes, liebe 12 km h. So, das hier, wo wir alle, Gas, wieder leer ist. So, jetzt haben wir noch eine Fettkarte. So, jetzt haben wir noch 4.000, das war ein Schausfilm. So, jetzt haben wir noch 4.000, das war ein Schausfilm. So, jetzt haben wir noch ein Schausfilm. Gut. Ich dachte schon, ich war bereit. Ich kann mir allein nicht groß. So, klappt ganz gut. Geklappt. Schön weiß. Wie im Winter. So, halt ich arbeite. Dünn wollte ich. Dünn vorbereiten. Ja, Gewicht wollte ich auch. Gewicht. Ein Traktor. Jetzt fallen zwei. Über den anderen darf ich Gewicht dran. Mann, ist auch Gewicht dran. Wenn wir mal gucken, ob hinten ein Lärm. Dünner Streit ist auch genauso gut. Dünner Streit. Dünner Streit. 4.5. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. soll es freundlich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wurde mich über einen Like freuen. Ich sage schon mal Danke. Ansonsten würde ich euch gerne wiedersehen zur nächsten Folge. Dann seid mal schüß und eine Winke. Bis dann. Ciao.